Hallo und herzlich willkommen zu einem R-Quickshot. In diesem Video möchte ich mit euch auf die Umcodierung von Textdaten in numerische Daten schauen, weil das eine Aufgabe ist, die einem bei der Datenverarbeitung mit R sehr häufig begegnet. Deswegen springen wir direkt rüber auf meine R-Studio-Umgebung, wo ich bereits ein Skript geöffnet habe, das nennt sich recode-text-variables.r und ihr findet das zu diesem Video direkt verlinkt. Das Skript besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil, dem Setup, das ich hier markiert habe, da bereiten wir uns einfach mal einen Datenvektor mit Textdaten vor und im zweiten Teil, da schauen wir uns an, wie man mit solchen Textdaten umgeht, wie man sich selber einen kurzen Überblick über die Inhalte solcher Textvariablen verschafft und wie man sie dann in numerische Variablen umcodiert. Ich führe dazu mal den ersten Teil komplett kommentarlos aus. Das brauchen wir uns nicht weiter anzuschauen. Wichtig ist, dass nach dem Ausführen hier oben im Global Environment ein DataFrame entstanden ist. Dieser DataFrame, der enthält genau eine Variable, nämlich die Variable Gender. Deren Inhalt können wir uns einfach mal anschauen, indem ich auf das kleine Tabellensymbol rechts neben der Variablen klicke. Und dann sehen wir hier schon diese Variable Gender, die hat eine ganze Menge von Werten. Diese Werte sind Diverse, also das englisch geschriebene Diverse, dann Male, Female und dann schauen wir mal. Und wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr, der Datenwert 25, der ist nicht Diverse, sondern Diverse. Da hat also möglicherweise jemand bei der Dateneingabe geschlampt und ein E vergessen. Ein zweites Problem fällt uns hier beim Wert 50 auf. Dort haben wir einen fehlenden Wert in unserem Datensatz und beim Wert 75, das ist ein leerer Textwert. Da ist also nichts eingetragen. Das heißt, diese Zelle, die ist nicht NA, ist also nicht ein fehlender Wert. Das ist ein Textwert, aber einfach ein leerer Textwert. Könnte vielleicht auch ein leer Zeichen sein, also wirklich ein Zeichen. Das können wir hier nicht so ganz genau sehen, aber wir sehen auf jeden Fall, wir haben hier nicht nur die drei offensichtlich validen oder gültigen Werte, Diverse, Male und Female, sondern wir haben auch noch fehlerhafte Werte. Die habe ich mir hier gerade oben im Setup einfach mal so generiert. Was würde man jetzt tun, bevor man so eine Textvariable in eine numerische Variable umkodiert? Nun, man würde sich einen Überblick darüber verschaffen, welche Textwerte in dieser Variable überhaupt auftauchen. Und das tun wir mithilfe der Funktion Table. Und diese Funktion Table, die kennen wir schon, die erstellt eine Häufigkeitstabelle. Allerdings benutzen wir für diese Funktion Table einen Parameter und der heißt UseNA. Und diesen Parameter, den setzen wir auf Always. Das bedeutet, dass diese Häufigkeitstabelle jetzt gleich nicht nur die Häufigkeiten der tatsächlich gültigen Werte auszählt, also Diverse, Diverse, Male, Female und auch den leeren Textwert, sondern es wird auch ausgezählt, wie viele NAs es eigentlich gibt. Ich führe diesen Befehl einfach mal aus. Dann sehen wir, da entsteht eine Datentabelle. Wir sehen, in den Daten taucht offenbar einmal der Wert Diverse auf, dann 37 mal der Wert Diverse, 35 mal der Wert Female, 25 mal der Wert Male und einmal der Wert Na. Jetzt wissen wir schon mal, welche Werte prinzipiell überhaupt vorkommen. Man müsste sich jetzt überlegen, erstens, wie geht man mit dem offenbar fehlerhaft eingegebenen Wert Diverse um? Und wie geht man mit dem leeren Textwert um? Den sehen wir hier ganz vorne angezeigt. Das ist ein bisschen unglücklich, da steht keine Spaltenbezeichnung drüber, weil das einfach ein leerer Textwert ist. Und deshalb steht da oben einfach gar nichts drüber. Aber es gibt offenbar einen leeren Textwert, wie wir hier an dieser Datentabelle sehen. Und es gibt ein Na. Wir müssen uns also darüber Gedanken machen, wie gehen wir mit diesem einen leeren Textwert um? Wie gehen wir mit diesem einen fehlerhaft eingegebenen Diverse-Wert offensichtlich um? Und wie gehen wir mit den NAs um? Und ich würde sagen, unser Ziel müsste eigentlich sein, dieses Diverse hier tatsächlich auch als Diverse zu kodieren. Schlicht und einfach deshalb, weil man sich hier ziemlich sicher sein kann, dass da einfach nur ein Eingabefehler passiert ist. Bei dem leeren Textwert hier, da würde ich sagen, mit dem kann man gar nichts anfangen. Den sollten wir auch nicht als eigene Gender-Kategorie kodieren, sondern einfach vielleicht als Na, als fehlenden Wert kennzeichnen. Heißt also, die Fälle, wo vorher der leere Wert drin stand, das sollte wohl Na werden und das Na, das sollte Na bleiben. Okay, wie könnte man jetzt diese Umcodierung dieses Textwertes in numerische Werte vornehmen? Die Variante 1, die kennen wir bereits. Die habe ich hier unten einfach mal aufgeschrieben. Das ist eine von insgesamt 4,5 möglichen Varianten. Alle mit Funktionen von R, die wir bereits kennen, beziehungsweise die wir fast bereits kennen. Bei der Variante 4, da ist das ein etwas anderer Befehl, als den, den wir in den Varianten 2 und 3 verwenden. Aber auch den kennen wir im Prinzip schon. Und die Variante 1 und 1a, die kennen wir auch schon. Also, eine Möglichkeit ist, das ist die Variante 1, einen Named Vector zu generieren, der zunächst mal die Zuordnung von Zahlenwerten zu Textwerten enthält. Ich tue das hier, indem ich einen Vektor Labels generiere und für diesen Vektor Labels insgesamt 4 Einträge vorsehe. Nämlich einen Eintrag, der Male heißt und den Wert 0 bekommt. Einen Eintrag, der Female heißt und den Wert 1 bekommt. Einen Eintrag, der Diverse heißt und den Wert 2 bekommt. Und einen Eintrag, der Diverse heißt und auch den Wert 2 bekommt. Und so erreichen wir es, dass wir gleich diesen Wert Diverse und den Wert Diverse auf denselben Zahlenwert abbilden. Okay, das machen wir mal aus. Zunächst nur die Generierung dieses Named Vectors. Dann sehen wir da oben rechts, dass dort tatsächlich ein Named Numerical Vector entstanden ist. Wenn wir uns dessen Inhalte mal anschauen, dann kann ich den mal in der Konsole ausgeben. Dann sehen wir, das ist der Inhalt dieses Vektors. Und jetzt können wir einfach mit Hilfe dieses Vektors uns eine neue Spalte in unserem DataFrame generieren. Die Spalte hier, die nenne ich Gender.Int1. Und ich werde die einfach im Folgenden genauso durchnummerieren in der nächsten Variante. Da heißt der Vektor dann Int1a, danach Int2, Int3 und Int4. Aber hier generieren wir erstmal die Spalte Int1. Und das tun wir, indem wir in unseren Vektor Labels hineingreifen. Und zwar mit den Textwerten, die in der Variable Gender des Datensatzes bereits drinstehen. Was bedeutet das also? Dazu schauen wir nochmal auf unseren Datensatz MyData. R findet dort an allererster Stelle den Wert Diverse. Also würde R jetzt in unseren Named Vektor reingreifen. Und zwar an die Stelle Diverse. Dort die Zahl 2 rausholen. Und diese 2 in die Spalte Int1 an die erste Stelle schreiben. Genau dasselbe würde R beim zweiten Fall tun. Auch dort taucht der Wert Diverse auf. Wir greifen in den Named Vektor hinein. Holen uns den Zahlenwert dort heraus. Dem wir das Label Diverse gegeben haben. Auch hier ist es natürlich der Zahlenwert 2. Und wir schreiben die 2 an die Stelle in die neue Variable. Als nächstes finden wir den Wert Mail vor. Auch da greifen wir jetzt in den Named Vektor hinein. Und zwar hier an die erste Stelle. Wir holen den Wert 0 dabei heraus. Und schreiben damit an die entsprechende Stelle in unsere neue Variable Int1 den Wert 0 hinein. Und so geht das weiter. Einfach für jeden Fall in unserem Datensatz. Wir können das Ganze mal ausführen. Und wir sehen hier, dass da tatsächlich eine neue Variable im Datensatz entstanden ist. Nämlich Gender.int1. Und wenn wir uns den Datensatz mal anschauen. Dann sehen wir tatsächlich, alle Diverse-Werte haben den Wert 2 bekommen. Die Male-Werte haben den Wert 0 bekommen. Die Female-Werte haben den Wert 1 bekommen. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen runter. Der fehlerhafte Diverse-Wert, der hat das Label, den Wert 2 bekommen. Das stimmt also. Was ist mit dem Na passiert? Der ist anstelle 50 stand. Das ist Na geblieben. Genauso soll es sein. Und jetzt ist ganz interessant, was passiert mit dem leeren Textwert? Den haben wir hier ja gar nicht enthalten. Den gibt es in diesen Vektor-Labels gar nicht. Was hat R denn da gemacht? Schauen wir mal auf den Wert 75. Dort taucht ein Na auf. Einfach deshalb, weil es diesen Wert im Name-Vektor nicht gibt. Und entsprechend sagt uns R, alles klar, das Ding ist im Name-Vektor nicht vorhanden. Also schreibe ich da mal ein Na hinein. Das ist die erste Möglichkeit. Aus meiner Sicht die beste Möglichkeit, weil man hier sehr genau steuern kann, welche Zahlenwerte werden denn, welchen Textwerten zugewiesen. Es geht aber auch ein bisschen automatischer. Nein, Moment. Es geht noch ein bisschen kürzer. Das ist nämlich in der Variante 1a. Hier veranschaulicht. Diese Variante 1a, die benötigt diese Zwischenvariable Labels überhaupt nicht. Denn wir können uns auch diesen Vektor der Labels sozusagen on the fly generieren. Das passiert in dem Fall über diesen Teil der rechten Seite der Gleichung. Und dann tun wir genau dasselbe, wie das, was wir in Fall 1 gemacht haben. Wir greifen nämlich auf diesen ad hoc generierten Vektor zu und holen uns da die entsprechenden Zahlenwerte raus. Das ist also sozusagen die Vereinigung dieser zwei Arbeitsschritte, die wir in Variante 1 durchgehen mussten. Nämlich einmal den Vektor Labels generieren und dann in diesen Vektor hineingreifen. Das machen wir jetzt in einem Arbeitsschritt, indem wir einfach dieses Labels vor der eckigen Klammer ersetzen durch tatsächlich die Definition dieses Named Vektors. Das macht das Ganze noch ein bisschen kürzer, wie ich finde, auch ein bisschen schlechter lesbar. Aber wenn man einfach Zeilen sparen möchte, dann kann man das natürlich auch so machen. Variante 2, das ist die Faktorisierung mit automatischer Codierung. Wir haben nämlich bereits die Funktion asFactor kennengelernt. Die wandelt auch Textwerte in einen sogenannten Faktor um. Wer sich nochmal genau anschauen möchte, was die Faktorisierung über asFactor tut, kann sich den entsprechenden Teil aus unserem R-Kompakt-Workshop nochmal anschauen. Ganz kurz, Factor macht folgendes. Faktor geht die in einer Variable verfügbaren Textwerte zum Beispiel durch und nummeriert diese Textwerte einfach aufsteigend, beginnend bei 1. Wenn wir hier uns mal anschauen, wie unsere ursprüngliche Variable ausgesehen hat, dann gibt es dort vier verschiedene Textwerte, nämlich diverse, diverse, male, female und das leere Ding, die fünf sogar. Also diverse, diverse, male, female und unseren leeren Text. Das sind fünf Werte. Also würden wir erwarten, dass hier am Ende tatsächlich fünf verschiedene Faktorstufen dabei herauskommen. Die sind von 1 bis 5 kodiert mit den Zahlenwerten von 1 bis 5 und diese Zahlenwerte, die R intern verwaltet, die werden nach extern immer als die Labels ausgegeben und die Labels, das sind die ursprünglichen Textwerte, die die Variable enthalten hat. Das würde die Faktorisierung tun. Und jetzt gehen wir hier und wandeln diese Faktorisierung wieder in einen Zahlenwert um. Und was R da macht, ist einfach diese intern vergebenden Nummern, 1 bis 5, tatsächlich explizit zu machen, zu vergessen, welche Textwerte damit verbunden waren, sondern am Ende immer nur noch diese Nummern in dem neu generierten Vektor aufzuschreiben. Ich kann das Ganze mal ausführen. Sehen wir hier, was passiert. Da ist eine Variable Gender.in2 entstanden. Wir schauen nochmal in unseren Datensatz hinein. Wir können sehen, dass R offensichtlich tatsächlich diese Vergabe der numerischen Werte zu den Textwerten nahezu zufällig vorgenommen hat. Also male kriegt hier den Zahlenwert 5, diverse den Zahlenwert 3, female den Zahlenwert 4. Wir gehen mal runter zum diverse, das ist der Zahlenwert 2. Der leere Text, das ist der Zahlenwert 1, müsste es zumindest sein, hier unten genau. Und das NA, das bleibt das NA. Wie kommt es zu dieser sehr seltsamen Benennung? Na, da schauen wir doch mal kurz zurück auf das Ergebnis unserer Funktion Table, das wir hier in der Liste wiedergefunden haben. Und da fällt uns auf, dass die Reihenfolge der Spalten hier exakt den aufsteigenden Zahlenwerten entspricht. Der leere Textwert hat die Zahl 1 bekommen, diverse hat die Zahl 2 bekommen, diverse die Zahl 3, female die Zahl 4 und male die Zahl 5. Genau so ist es hier auch, das heißt, R geht einfach so vor, die Textwerte, die es vorfindet, werden zuerst nach der Reihenfolge sortiert. Und dann wird in dieser Sortierreihenfolge den Werten ein Zahlenwert zugewiesen zwischen 1 und 5. Das ist die automatische Umkodierung. So kann man das machen. Was natürlich unschön ist, ist, dass man nicht mehr kontrollieren kann, welche Werte, welchen Textwerten zugewiesen werden. Das kann man tun in Variante 3, indem man die Faktorisierung vornimmt, aber mit einer vorgegebenen Reihenfolge der Kodierung. Und dazu können wir leider nicht mehr die Funktion asFactor verwenden, sondern müssen einfach die Funktion Factor verwenden. Die tut im Prinzip genau dasselbe wie asFactor, aber ermöglicht sie, die Reihenfolge der Levels anzugeben, die wir hier vorgesehen haben. Heißt also, ich definiere meine Levels jetzt als Male, Female, Diverse, Diverse und den leeren Textwert. Was also gleich passieren müsste, ist, dass in diesem neuen Vektor der numerischen Werte Male die Kodierung 1 hat, Female die Kodierung 2, Diverse die Kodierung 3, Diverse die Kodierung 4 und der leere Textwert die Kodierung 5 und die NAs müssten die NAs bleiben. Wir führen das Ganze hier mal aus, sehen, dass dort tatsächlich eine Spalte entsteht, Gender.int3. Und wenn wir mal in diese Spalte hineinschauen, dann ist da genau das passiert, was wir vorgegeben haben, nämlich er hat die Reihenfolge berücksichtigt, die wir ihm über den Levels-Parameter vorgegeben hatten. Male hat also jetzt den Kod 1 bekommen, Female den Kod 2, Diverse den Kod 3, Diverse, das steht an Stelle 25, den Kod 4 und der leere Textwert an Stelle 75, den Kod 5 und das Na an Stelle 50 ist ein Na geblieben. Das ist schon mal gut, aber was hier nicht geht, ist, dass wir zwei verschiedene Textwerte auf denselben Zahlenwert abwenden. Das, was wir also über unsere Variante 1 geschafft haben, dass Diverse und Diverse beide denselben Zahlenwert zugewiesen bekommen, weil es sich dort offensichtlich um dieselben Labels handelt, das können wir über diese Faktorisierung, über diese automatische Umwandlung eines Textvektors in einen Faktor und dann wieder die Rückwandlung dieses jetzt numerischen Faktors in tatsächlich Zahlenwerte, das können wir darüber nicht erreichen. Was wir darüber aber erreichen können, ist, dass wir Textwerten, die wir eigentlich nicht möchten, die wir eigentlich nicht erwarten, die wir wirklich als fehlerhaft klassifizieren, dass wir denen automatische NAs zuweisen. Das können wir über die Variante 4 machen, da benutzen wir wieder die Funktion Faktor, geben wieder eine Reihenfolge vor, lassen aber bestimmte der vorkommenden Textwerte weg aus dieser Levelsangabe. Was lassen wir weg? Nun, wir lassen den Wert Diverse weg und wir lassen auch den leeren Textwert weg. Und wenn ich das mal ausführe, dann sehen wir, da entsteht eine Spalte Gender.int4 und diese Gender.int4-Variable, die hat genau wie gerade eine Kodierung, sodass ehemals Male Texteinträge den Zahlenwert 1 bekommen haben, ehemals Female lautende Texteinträge den Wert 2, ehemals Diverse lautende Texteinträge den Wert 3 und dann sehen wir aber hier an Stelle 25, dass Diverse, dass wir ja nicht in unsere Reihenfolge der Levels aufgenommen haben, den Wert Na bekommen hat, ganz einfach, weil dieser Wert in den Levels nicht auftaucht. Dann sagt er, ich weiß nicht, was ich mit diesem Textwert machen soll, da hat der User mir nicht spezifiziert, an welcher Stelle er in meinem Levels-Vektor steht, also weiß ich auch nicht, welchen Zahlenwert ich da vergeben soll, schreibe ich also ein Na rein. Das Na, das wir ursprünglich an Stelle 50 schon immer gesehen haben, das bleibt auch ein Na und ebenso wie es sich mit dem Diverswert verhält, verhält es sich auch beim leeren Textwert, auch der bekommt ein Na zugewiesen, sodass wir hier an der Stelle tatsächlich die nicht gewünschten Textwerte immer in NAs umwandeln. Welche dieser Varianten sollte man verwenden? Nun, in der freien Wildbahn, da findet man alle diese Varianten wieder. Ich finde die Variante 1 am besten, schlicht und einfach, weil sie am klarsten ist, beziehungsweise Variante 1a, das wäre mir relativ egal an der Stelle, aber ich finde die am besten. Heißt nicht, dass man die anderen nicht benutzen soll, die anderen sind genauso richtig und führen zu genauso akzeptablen Ergebnissen, aber in der Variante 1 und 1a, da können wir einfach ganz verschiedene Wünsche mit einer Funktion erschlagen, nämlich erstens, dass wir dort NAs zuweisen zu bestimmten Textwerten, nämlich solche, die einfach in dem Labelsvektor nicht auftauchen. Das ist hierfür den leeren Textwert der Fall. Und wir können zudem offensichtlich eigentlich gleichen, aber unter Umständen falsch geschriebenen Textwerten hier an der Stelle dieselbe Zahl zuweisen. Und deshalb neige ich immer dazu, diese Variante 1 zu verwenden, weil sie am explizitesten das tut, was wir machen wollen, nämlich rekodieren und weil sie uns gleichzeitig erlaubt, trotzdem automatisch Textwerte, die wir eigentlich gar nicht haben wollen, mit denen wir nichts anfangen können, wo wir sagen, das ist auf jeden Fall ein fehlerhafter Eintrag. Wir wissen auch nicht, wie der richtige Eintrag hätte lauten sollen, solchen Textwerten automatisch NAs zuzuweisen in dieser neuen numerisch kodierten Spalte. Das erreicht ausschließlich diese Variante. Deswegen empfehle ich ganz klar die Variante 1 oder die Variante 1a, aber die anderen sind genauso okay, solange dort dasselbe Ziel erreicht worden wäre. Die letzte Frage, die man jetzt noch beantworten könnte, wäre, Moment mal, aber wie sollen wir denn dasselbe Ziel erreichen, das wir mit der Variante 1 und 1a erreicht haben, als wir den beiden Textwerten diverse und divers dieselbe Zahl zugewiesen haben? Das scheint doch hier bei der Faktorisierung nicht zu gehen. Vollkommen richtig. Bei der automatischen Faktorisierung funktioniert das so nicht. Was wir da hätten machen müssen, ist zunächst mal unsere Daten zu korrigieren. Das heißt, entweder in die Gender-Variable anstelle des Diverse-Wertes einen Diverse-Wert reinzuschreiben oder eine Zwischenvariable Gender-Corrected zu definieren, wo wir eigentlich die Werte der Gender-Variablen kopieren und nur an dieser eine Stelle den richtigen Wert hineinschreiben. Der Vorteil ist, dass unsere Ursprungsvariable dann erhalten bleiben würde und wir einfach eine zweite Variable generieren, die wir als Corrected oder so bezeichnen und dann diese automatische Faktorisierung auf der Corrected-Variable durchführen. Dann erreichen wir dasselbe wie bei der Variante 1 oder 1a, wenn wir verschiedenen Textwerten denselben Zahlenwert zuweisen. Und gerade deshalb, weil das einfach umständlich ist, finde ich die Variante 1 und 1a schlichtweg am besten. Und das war es auch schon mit unserem kurzen Quickshot zur Codierung von Textwerten in numerische Werte. Danke euch. Ciao und tschüss.